Komm hier kannst du dein Miasma auffüllen und die Frage wie komme ich da nach oben ich gehe schon außen rum mal gucken wir haben ja keine leiter ach hinten durch okay perfekt oh mein gott und jetzt runter hier musst du aufpassen hier hat es mehr rotes Miasma warum müssen wir da hinten durch warum müssen wir da durch da runter weil hier hat es einen Big Boss zu töten ich bin unten ich auch so ich muss mich schnell fliehen heilige scheiße so da unten ist er oh da sieht schon fett aus der Kollege nee oder das rote dinge von hier war tolle wo es mich runter gefahren so schubsen wubsen haben wir alle durch so jetzt hören sie mal bitte auf ich habe hier probleme welcher müssen wir jetzt wo umbringen einfach die kleine dies hier sind nur die kleinen ich habe noch mir erst mal drei drei minuten ja ja gleich fertig scheiße noch mal zerlegen das war es der boss bdf das waren mehrere einfach mehrere kleine ach so ja gut dann würde ich mal sagen reisen wir zurück ne noch nicht da oben ist noch das ist schon geöffnet ich habe keine truhe geöffnet ich komme da nicht rüber ach da hinten so was ist denn da drinnen oh eine hirte des donners legendär und langbogen auch legendär den hirten des donners den nehme ich den langbogen kannst du haben zum zerlegen ah perfekt da gibt 45 runen heilige scheiße ich bin jetzt bei 213 schnell reise fertig ja sauber rebellion eine miasma seel habe ich gefunden 17 miasma sprung perfekt oh der alchemist hat wieder was ewig magisch herstellen was kann ich jetzt neu herstellen nicht genügend materialien ähm ja toll nix dabei ich hab jetzt schon plus fünf schnitt plus vier schnittrüstung und plus fünf stich schaden oh mein gott Aber er kann Rüstung, Kämpfer setzten, mehr nicht. Wir brauchen noch Teller. Teller. Ich schlafe mal eine Runde. Oh, du hast jetzt Spezialtruhen. Hier hingestellt. Metallsrott. Was können wir jetzt mit den Metallplatten eigentlich anfangen? Willst du auch noch eine Rüstung haben dafür? Oder nee, du willst auch spezielle Rüstung haben. Wie kann ich helfen? Hat der Kollege sonst noch was zu herstellen? Nö, okay. Wir haben hier eine Schmiede und Glocko ist egal. Kämpfer setzten. Also, Waffen. Erhöht kritischen Schaden um 20%. Erhöht Chance auf Crit Treff. Blocken 7. Parierkraft 20. Blocken 7. Parierkraft 20. Okay, ich weiß, was ich mache. Ich brauche das Schild. Metallplatten 5 Stück. Okay. Haben wir sogar. Weil mein mein Schild ist einfach Pope gegen das, was Dells Kollege hier herstellen kann. Ach hier, so. Ja gut, dann würde ich sagen, als nächstes holen wir dann später die äh Jägerin. Mhm. Ich bin ja doof. Ich habe ein Schild, aber ich habe ja ein Zweihänder, ich Depp. Ich glaube, ich mache es dann so, wenn ich mal ein legendäres Schwert habe oder irgendein Gegensatz dass ich das dann auch hochpusche. So, ich hole noch mal ein bisschen Holz. Das Schild. Die automatische Lagersortierung gibt es nicht in dem Spiel. Also, über mehrere Kisten hinweg. Das ist meine Frage eigentlich. Nee, das gibt es nur bei dem einen Spiel, was jetzt bald mal aus dem Early Access rauskommt. Was wir auch schon gespielt haben. Ah, das ist ganz beschissen oder was? Das ist für ganz beschissen. Das, was elendlich ewig dauern würde. Wie heisst das Ding? Satisfactory. Ah. Ah. Und in Minecraft geht es mittlerweile auch. Was für ein... Wir haben sechs Quests. Was wollen wir denn machen? Ja, die Jägerin holen. Schreinerassistent. Ein Schreinerassistent. Zuerst die Jägerin. Was macht denn der überhaupt? Der Schreiner, der ist ganz geil. Da kannst du noch größere Kunde bauen. Ah. Und, äh, wie holen wir uns, ich sag, es ist doof gesagt, beim Kollegen, beim Schmied, dass ich noch mehr rüste, dass ich noch hochpushen kann. Muss da irgendwas passieren? Ja, wir müssen, äh, wir müssen noch mehr Ressourcen freischalten und Quests, äh, absolvieren, dann kriegst du auch besseres Zeugs. Okay. Verstehe. Es ist ja, es ist ja logisch aufgebaut. Oh, mein Gott. Na dann wohl an der Klippe. Noch mehr Leben. Ich hab einfach noch mehr Leben. Es fühlt sich schon die ganze Balken hier, teilweise schon die ganze Hälfte des oberen Balkens durch. Die haben das, die haben die Map überarbeitet. Scheiße, jetzt findet man hier. So, einfach muss ich Schwerter und Co. finden und die dann. Scheiße, jetzt findet man Feuersteine nicht mehr auf die, auf der gleichen Location wie früher. Ist auch nicht egal. Jetzt ist hier eine Wolfshöhle. Boah, wenn ich auf Gegner zu renne und dann drauf haue, dann krieg ich kritischer Trefferschaden. Heilige Scheiße. Ich muss einfach auf Gegner zu rennen. Oh, mein Gott. Dann krieg ich Krit-Schaden hin. Hast du das gewusst? Oh, mein Gott. Jetzt ist die Wolfshöhle für Feuersteine zu abbauen. Okay. Ich muss wirklich einfach nur auf Gegner zu rennen und dann drauf hauen. Und dann krieg ich Krit-Schaden durch. Ist die Hose einmal vollgeschissen, wird die Schwiegermutter einen nicht vermissen. Die Weisheit des Tages. Danke dafür. Auch gut. Danke sehr. Wenn du die Schwiegermutter nicht magst, dann weißt du, was du tun hast. Einfach die Hose voll scheiße. Auch nicht schlecht. Ein legendärer Einhändler wäre noch cool. Irgendwie. Aber krieg ich das. Wenn du mal ein legendärer Einhändler findest, Patrick, dann nur los. Mit Feuerstein was zu bauen ist. Das sieht auch schön aus. Also die Fassaden und so, ne? Nein, ich wollte nicht. Egal. Was ist da oben? Ein Licht? Hä? Ich höre schon wieder irgendwelche komischen Leute hier. Wo denn? Mit Bauchschmerzen oder wie? Ja. Die Schwiegermutter. Genau, genau. Die Kollegen. Das ist genau das, was ich gedacht habe oder generell mitgeteilt habe. So. unsere Nachbarn, die müssen ja... Ah, die sind sich schnell los, wenn die mich in Prinzessin im Kleid ziehen. Hier war ich schon. Ich gehe mal ab, äh, nach unten, ne? Ins Miasma-Meer, würde ich mal behaupten. Was sie wollen dort? Ich brauche Runensteine. Ach so, ja. Ich habe acht. Ach, nur. Alles ausgegeben. Also Runen meinst du, ne? Also ich habe über 200 gehabt. Aber die Upgrades kosten mir doch über 100. Das ist krank. Und die du ja findest, kannst du nicht selbst... Auch die Quests hier werden... auch die Infos werden neu angezeigt. Auch die Infos werden neu angezeigt.